Schnell rein, los! Danke. Wir ziehen das jetzt durch. Wir beide. Warum nicht so ein Geheimnis? Jetzt klettern wir doch her. Wir haben uns in der Zuhrung. Ich muss lachen. Wir sehen uns in der nächsten�feilung. Wir sind in der Zufahrt nach einer Zufahrt-Pfläche. Hast du das gesehen? Ja! Das ist das! Das ist das. Ist Benni schon wach? Mhm, im Bad. Du weißt, dass du Benni heute zur Schule fährst und mich danach zum Bahnhof, ne? Ist es schon heute? Hast du es vergessen? Meine Frau macht Karriere, das vergesse ich nicht. Ich mache eine langweilige Fortbildung. Wir sind Beamte, da gehört Langeweile zur Karriere. Ja, weiter? Jetzt! Ich komme. Na super. Einsatz, unten am Rhein. Was soll ich machen? Ich habe Bereitschaft. Und wer fährt mich jetzt? Das schaffen wir nie im Leben. Natürlich hatten wir das. So, was haben wir mit Thomas? Arbeit, er hat halt Bereitschaft. Bist du dir sicher, dass das keine unbewusste Verweigerung sei? Weil er ein Problem hat mit deiner Fortbildung? Glaubst du? Na ja, wir haben ein Naturnimale so modern und verständnisvoll. Aber wenn du in unsere Seele guckst, tiefstes Mittelalter. Oh, scheiße, das war ein Blitzer. Du bist total gut. Super, ich danke dir. Und du hast ein Auge auf Benni und Thomas, ja? Na, ist doch klar. Fangen Sie mal an, den Fahrer- und den Beifahrerraum zu überprüfen. Wir sehen, wer oder was da drin geht. Okay, legen gleich los. Danke dir. Hallo, Thomas. Der Verkehrsunfall vielleicht, wie es jetzt gar nicht kommen müssen. Ich dachte, du kannst vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen. Jetzt wurde es so allein bis ganz ohne Kerzen. Ja, selbstverständlich. Ich habe den Namen des Halters in der Meldung gelesen. Heinrich Lippert, ja. Sag dir doch noch mal was. Ja, Galerie Lippert. Ich habe da mal was gekauft. Habt ihr den Wagen so gefunden, mit runtergelassenen Scheiben? Ja, wir haben Zeugen, die sagen, der Wagen ist ungebremst in den Reingefahren. Kann ich die Leichen mal sehen? Wenn wir sie gefunden haben, es gibt doch keine. Was ist denn? Ein Ast. Das sehe ich auch, aber wie kommt der da rein? Keine Ahnung, die Fenster waren unten. Vielleicht ist er reingespült worden? Was sind wir da großartig mit dem? Was weiß ich noch nicht. Es ist zu. Was weiß ich noch mal, hey? Hallo? Herr Lippert? Frau Lippert? Polizei, wir würden gerne mit Ihnen reden. Vater, kommst du mal? Ja. Ziele Konsequenzen. Kein anderer Ausweg. Einige und Anke Lippert. Abschiedsbrief. Wir schauen uns mal die Galerie an. Thomas? Ja? Die geht's direkt runter. Okay. Na, komm. Die Galerie ist auf englische Romantiker spezialisiert. Die Constable-Grafik, die im Wohnzimmer einkam, ich hier gekauft. Naja, ich wusste gar nicht, dass die Engländer bekannt sind für ihre romantische Ader. Von Constable hast du noch nie das gehört, was? Der war doch Polizist, oder? Ja, sowas Ähnliches. Ui, 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 den hat man die Romantiker ja richtig aus den Händen gerissen. Sieht ein bisschen klar aus, ne? Wer sind Sie? Guten Morgen. Guten Morgen. Wie sind Sie hier hereingekommen? Durch die Woche. Die Tür war offen. Reuter, Krimper-Wiesbaden. Das ist Oberstaats- und Wallerreuter. Darf ich fragen, wer Sie sind? Leland von Brühl. Ich bin Mitarbeiter der Lipperts. In welcher Funktion? Ich bin Kunzexperte. 19. Jahrhundert. Englische Romantik ausgewiesen. Und in der Funktion in Arbeit bei hiesiger Galerie, wenn ich so sagen darf. Sie dürfen. Können Sie uns vielleicht erklären, warum es hier gar keine Bilder mehr gibt? Nun, das ist leider sehr unerfreulich. Ich muss sagen, die Bank hat die Bilder alle abgeholt. Die Bank. Welche Bank? Ja, die Galerie Lippert ist in Zahlungsschwierigkeiten. Darf ich Sie umgekehrt fragen, wie wir Ihnen vielleicht helfen können? Ja, vielleicht kommen Sie am besten mal mit. Ich muss Ihnen was zeigen. Kommen Sie. Vom Insolvenzgericht. Die Finanzlage der Lipperts. Ah, wunderbar. Und wie sieht es aus? Rabenschwarz. 14 Gläubiger. Gefändete Konten. Ah. Danke. Danke. Das ist ein Ding. Frau Seelbach, die Bilder aus der Galerie sind von der Bank sichergestellt worden. Da gibt es sicher irgendein Sachverständiger. Kümmern Sie sich? Mach ich. Danke. Ich fahr nochmal zum Rhein runter. Okay, tschüss. Du hast recht. Kann kein Zufall sein. Was ist denn nun mit diesem von Brühl? In Leland. Komischer Kauz. Der Abschiedsbrief hat ihm aber ziemlich zugesetzt. Du hast dein Magengeschmack ein bisschen zu sehr. Sag mal. Glaubst du, es ist eine Perücke bei Ihnen? Nee. Ach, nicht. Nee? Nee. Hast du ihn überprüft? Ja, Vater Deutscher, Mutter Amerikanerin. Geboren in den USA. Seit vielen Jahren hatte er die deutsche Staatsbürgerschaft. Liegt nichts gegen ihn vor. Hat die Spurensicherung noch was am Auto gefunden? Nichts Ungewöhnliches. Die Fingerabdrücke passen zu denen der Lipperts und die Reisepässe waren im Handschifffach. Weil sie das alles auf dem Selbstmord hin. Bis auf den Ast. Ohne den Ast hätte ich ihm die Sache auch abgenommen. Guck mal, ein Turner. Ja. Romantische Engländer sehe ich sofort. Das ist der Wahnsinn, Thomas. Der Reinfall von Schaffhausen. Joseph Milord, William Turner. Ich bin beeindruckt. Guten Tag. Bernd Reuter, Stanzer-Mascher-Fiesbaden. Ich hätte so einen Aktenfresser erwartet, aber keinen Turner-Lieferhauer. Julia Terjung. Guten Tag. Hauptkommissar Reuter, Frau Terjung. Thomas. Julia Terjung. Pestalozzi-Gymnasium. Ich habe dich gar nicht erkannt. Ja, das geht dem meisten so. Wie kann ich denn helfen? Es geht um eine etwas unerfreuliche Angelegenheit. Anke und Heinrich Lippert. Gibt es Probleme bei der Insolvenz? So könnte man das auch nennen. Wir gehen davon aus, dass die beiden Selbstmord begangen haben. Was? Ja. Wie ist denn das passiert? Wir haben ihren Wagen aus dem Rhein gezogen. Ertrunken? Alle beide? Wie geht davon aus? Wie heißt das, Sie wissen das noch nicht, oder was? Na ja, das sind laufende Ermittlungen. Dazu können wir leider nichts sagen. Wir nehmen aber an, dass die Finanzprobleme eine Rolle spielen. Können Sie... Also, kannst du uns da weiterhelfen? Also, kannst du zu den Zahlungsschwierigkeiten was sagen? Das wäre Sache der Bank. Sie ist der Hauptklaginger. Ich bin lediglich beauftragt, den Gemäldebestand zu schützen. Ach so, dann... Dann sind die ganzen Bilder hier also sozusagen Insolvenzmasse. Die Bank hat die Geschäftsidee der Lipperts mit ihren Krediten unterstützt. Welches Modell war das? Die Lipperts setzten auf einen Boom im Markt zur klassischen Kunst. Wie es in den letzten Jahren bei der zeitgenössischen Kunst der Fall war. Die Galerie spekulierte darauf, dass durch die steigenden Klassikpreise Aquarelle und Grafiken mehr wert werden. Sie sind leichter zu beschaffen als Gemälde. Die Einkäufe wurden also über Bankdarlehen finanziert? Ja. Die Galerie hat gut bezahlt, um ihre Sammlung aufzubauen. Zu gut. Sie meinen, weil der Kunstmarkt eingebrochen ist? Ja. Lipperts hatten keine Kunden mehr. Mhm. Sie haben sich verspekuliert. Völlig. Entschuldigen Sie, das ist die Bank. Das ist wichtig. Könnte sein, dass du mit der Dame damals was gehabt hast in der Schule? Ja, im Gegenteil. Was war das? Du, die war, die war so richtig dick. Die hatte es nicht leicht damals. Die war mal dick? Ja, und wie. Alle haben sie gehänselt. Vielleicht sollte ich sie mal fragen, welche Idee sie gemacht hat. Was ist los? Hast du was vergessen? Der vorgetäuschte Selbstmord ist die wahrscheinlichste Theorie. Und sie passt zu den fehlenden Leichen. Bleibt die Frage nach dem Geld. Frau Silber? Ja? Welche Rechtsform hatte die Galerie Lippert? Gesellschaftsbürgerlichen Rechts. Die hafteten also mit ihrem persönlichen Vermögen. Man hat ihnen die Konten gefändert. Die hatten keinen Cent mehr, Thomas. Was ist mit Schwarzgeld? Ich meine, wir reden hier von Kunsthandel. Um Schwarzgeld beiseite zu bringen, musst du erst mal Geld verdienen. Frau Silber und ich haben das überprüft. Die Galerie hat in den letzten Jahren so gut wie kein Bild mehr verkauft. Auf der anderen Seite die Kreditraten, Galeriemiete. Die hatten nichts mehr. Ja. Offenbar genug, um zu verschwinden. Ach. Fragt sich bloß, woher? Die Fahndung nach den beiden ist jedenfalls raus. Ja, Reuter? Ah, Julia, hallo. Ja, das interessiert mich natürlich. Hier, schau dir das mal an. Herr Staatsanwalt. Entschuldigen Sie. Ich dachte, ich wäre mit Ihrem Sohn allein. Na, schöne Bilder, eine schöne Frau. Was soll ich dein Büro? Schloss Heidelberg? Fast. Ehrenbreitstein. Ah. Julia? Was ist damit? Ich habe mir mal das Aquarellpapier genauer angesehen. Dabei sind mir optische Auffälle ausgefallen. Hier. Diese kleinen Partikel her. Die habe ich auf dem Passepartout gefunden. Das ist löslicher Kaffee. Im 19. Jahrhundert, ich habe wohl gänzlich unbekannt. Das heißt, das Bild ist gefälscht? Davon gehe ich aus. Dann haben sich die Libberts eine Fälschung andrehen lassen. Macht sich, wer da wem was angedreht hat. Wieso? Wie viele Bilder sind gefälscht? Das der und die drei. Was wären die wert als Originale? Es kommt auf den Markt drauf an. Und auf den Sammler. Im Augenblick so zwischen 500.000, 700.000. Pro Bild? Na, das sollte doch reichen. Die haben die Originale selbst verschärbelt. Und die Fälschung in der Bank da gelassen. Gut. Wenn man solche Bilder verkaufen will, wie geht man da vor? Kunstauktionen. Galerien. Wäre es nicht am besten interessant, direkt zu fragen? Ja, das stimmt. Also, im Sommer hatte die Galerie Libbert eine Ausstellung mit englischen Romantikern. Ich habe da mal einen Kunsthäfer gekauft. Themenausstellungen sind durchaus üblich. Sie wecken Interesse an den Bildern. Und es treibt den Preis in die Höhe. Man müsste rauskriegen, ob es nach der Ausstellung noch Kontakte zu Sammlern gab. Wir haben die Einzelverbindungsnachweise der Galerie. Gut. Wollen Sie uns helfen, Frau Teilhung? Ich meine, Ihr Auftraggeber wurde betrogen. Sicher? Sammler sind merkwürdige Typen. Die meisten haben hier irgendeinen Steckenpferd. Die einen sammeln nach Perioden, nach Genre. Die anderen nach Künstlern. Wenn sich jemand für Turner-Aquarelle interessiert, dann hat er sich auch schon früher dafür interessiert. Was hast du vor? Es gibt eine Möglichkeit, sämtliche Turner-Verkäufe der letzten Jahre nach zu vollzählen. Wenn irgendeiner dieser Namen in deiner Liste auftaucht, dann kannst du damit anfangen. Julia, ich muss dich mal was fragen. Was denn? Damals in der 10. Klasse, da warst du ja fast ein halbes Jahr nicht in der Schule. Du meinst nach der Sache mit den Fotos? Als mich deine Freunde betrunken gemacht haben. Ja, ich habe nie erfahren, was da war. Na komm, das wusste doch die ganze Schule. Meine Eltern haben mich in die Klinik gesteckt. Es tut mir leid. Kinder können grausam sein. War eine harte Zeit für mich damals. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ähm... Lange her. Wieso? Du kannst doch nichts dafür. Du warst doch nicht dabei. Aber ist es nicht lustig, dass wir uns jetzt auf diesen Weg wieder getroffen haben? Na ja. Da. Zwei Turner-Verkäufe. Eine Auktion in Belgien. Kärcher. Entschuldige. Hier, Lüblich-Kärcher. Der taug sogar auf. Der Telefon ist auf. Ein Banker aus Wiesbaden. Morgen. Morgen. Kann ich helfen? Ich bin bei Wiesbaden. Ich würde gerne zu Herrn Schalcher. Kann man kurz reinkommen. Ja. Ja, Moment, halt. Aufblick, Moment, Sie müssen hier warten. Sie können nicht einfach hier so durchlaufen. Ja, ja, kein Problem. Na also, wenn das kein Volltreffer ist, das ist es. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Ludwig Kärcher? Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Reuter, Kärper Wiesbaden. Das Bild hier wurde illegal aus einer Insolvenzmasse entwendet. Lassen Sie bitte die Finger von dem Bild. Ich muss es leider beschlagnahmen. Haben Sie dafür einen Gerichtsbeschluss? Brauche ich nicht. Wir kriegen das hier. Was ist das? Eine Quittung? Herr Kärcher, erzählen Sie uns doch mal, wer Ihnen das Bild verkauft hat. Ich habe ganz vergessen, wie der Kerl aussah. Ach, das war also ein Mann. War es vielleicht dieser Mann, Heinrich Lippert? Den kennen Sie doch. Vielleicht war es auch eine als Elch verkleidete Jungfrau. Vielleicht fällt es mir aber auch wieder ein, wenn ich mein Bild zurückbekomme. Sie können in dieses Gut kein Eigentum erwerben, Herr Kärcher. Und wie Ihnen Ihr Anwalt sicher gesagt hat, können wir Sie in Beugehaft nehmen, wenn Sie nicht auch sagen. Das versuchen Sie mal. Ich bin ein anflussreicher Bürger und Sie würden es nicht wagen, mich wegen so einer Arme. Es war in aller Paar, hier in den Knast zu stecken. Das sind doch leere Drohungen, Herr Reuter. Dafür finden Sie so schnell keinen Richter. Da haben Sie recht. So etwas kann sehr lange dauern. Darum habe ich das auch schon vorher erledigt. Bitte sehr. Dagegen werde ich unverzüglich Beschwerde einlegen. Tun Sie das. Und bis sie über diese Beschwerde entschieden ist, sind Sie Gast der deutschen Justiz. Toll. Das muss der Echte sein. Jetzt warte doch erst mal ab. Und, Julia, was meinst du? Moment. Dass dein Vater recht hat. Reuter, was gibt's? Frau Theerjung. Ja. Ich habe eine Bitte. Könnten Sie vielleicht bei Gelegenheit mal einen Blick auf meinen Constable werfen? Sind Sie jetzt unsicher geworden wegen der ganzen Fälschung hier? Ja, klar. Ja, sicher? Kein Problem. Guten Tag, Herr Reuter. Hallo. 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 Ich habe hier die Papiere für dich. Das ist vom Mietwagen. Da vorne ist der Pfundrat der Leiste. Danke. Ach, du Scheiße. Moment. Hier so. Ah, danke. Na, habt ihr die gleiche identifiziert? Ja, es ist Anker Lippert erschossen. Oh. In der Nähe steht ein Leihwagen angemietet auf eine Anke Castell. Das ist wahrscheinlich ein falscher Name. Irgendwelche Spuren vom Täter? Es gibt noch Reifenspuren von einem zweiten Fahrzeug, ziemlich großprofilig. Sonst nichts. Herr Reuter. Wart mal, da ist noch was. Das wirst du nicht glauben. Falsche Pässe von beiden Lipperts. Da werden Sie sich jetzt aber warm anziehen müssen, Reuter. Herr Kercher ist nämlich nicht irgendjemand. Ich habe wegen der Sache Kontakt zum Justizministerium. So können Sie nicht mit ihm umgehen. Nicht. Das ist mein letztes Angebot. Wenn Sie beim Richter intervenieren, kommt mein Mandant noch heute auf freien Fuß. Wir wären dann bereit, die Sache zu vergessen. Aber aussagen würde Ihr Mandant immer noch nicht, oder? Wenn Sie nicht einlenken, Reuter. Fliegt Ihnen das um die Ohren. Das Ganze schlägt dann zurück auf Sie. Herr Herz. Wollen Sie dich doch ein Stück? Er ist wirklich großartig. Nein. Vielen Dank. Sie scheinen ja nicht so ganz auf dem Laufenden zu sein. Das hier ist mittlerweile ein Mordfall. Und wem, glauben Sie wohl, fliegen da die Herzen zu? Ihrem reichen Mandanten, der wegen eines Bildes die Aufklärung eines Mordes behindert? Oder einem engagierten Staatsanwalt, der sich auch mit großkotzigen Bankern anlegt, um ein Verbrechen aufzuklären. Ein Mordfall? Ja. Und ich glaube kaum, dass sich das Justizministerium so richtig gern in so etwas einmischt. Das sehen Sie doch auch so. Kommen Sie. Reden Sie noch einmal mit Ihrem Mandanten. Ich bin mir sicher, wir finden eine einpermendliche Lösung. Ja. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Kaliber 7,65. Keine Kampffspuren am Körper. Die muss völlig überrascht worden sein. Auch keine Schmachspuren. Das heißt, der Schütze hat einen Abstand von mindestens sechs Metern gehabt. Wann? Gestern Abend, 21 Uhr. Circa. 20 Stunden nach dem vorgetäuschten Selbstmord. Hm? Nee, danke. War es die Presse irgendwas? Nee, wir konnten den Deckel draufhalten. Das ist sehr gut. Okay, was haben wir? Privatinsolvenz, vorgetäuschter Doppelselbstmord und jetzt die Leiche von Anker Lippert. Aber was macht Anker Lippert da noch rein? Die Lippert hätten doch schon längst über alle Berge sein müssen. Da ist ja irgendwas schief gelaufen. Ja. Okay. Herr Reuter. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, das ist er. Mein Constable. Und, gefällt er Ihnen? Sehr schön. Kann ich ihn einfach so mitnehmen oder möchten Sie eine Quittung? Ich fürchte, ich würde ihm vertrauen müssen. Gut. Ach, noch etwas, Frau Tänjong. Sie haben vor etwa zwei Jahren für Heinrich Lippert ein Gutachten angefertigt. Zwei Radierungen von John Palmer. Ja, ein kleinerer Auftrag. Und jetzt möchten Sie wissen, ob ich mit den Lippert unter einer Decke stecke. Tun Sie es? Es gibt nicht viele Kunstexperten in meinem Fachgebiet. Das ist nichts Außergewöhnliches, wenn man je nach Auftraggeber die Seite wechselt. Ah ja. Sie hatten nicht erwähnt, dass Sie Lippert es persönlich kannten. Na, jetzt wissen Sie es ja. Und? Bekomme ich jetzt Ärger? Ja, ganz furchtbaren Ärger. Herr Reuter. Ja? Rechtsanwalt Herz ist da. Kleinen Moment noch, ja? Gut. Ich sage Ihnen dann Bescheid, sobald ich etwas weiß. Ich finde das sehr nett von Ihnen, Frau Taylor. Vielen Dank. Soll Ihnen Frau selber beim Tragen helfen? Nein. Geh. Wiedersehen. Bis dann. Dank Ihnen. Tag, Herr Reuter. Tag, Herr Reuter. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um einen Mandanten. Wird es ihm langsam schlau in seiner Zelle? Er hat sich als Robert Micksch vorgestellt. Mann, war das ein nerviger Tipp. Inwiefern? Ach. Er quieselte permanent von seinem zeitgenössischen Künstler, und dass ich mir dringend mal seine Arbeiten angucken sollte. Hat mir sogar so einen Flyer näher angebrückt. Haben Sie den noch? Meinen Sie wirklich, das interessiert mich? Wissen Sie noch, wie der Künstler hieß? Verteng oder Lameng? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, dass du in einem Hartmann-Hotel wohnst. Du bist der freien Künstler, Herr Tinn. Wechsel in den Wohnort. Komm rein. Ich dachte, wir gehen essen. Du wirst mir doch jetzt keinen Korb geben. Oder? Dann komm. Julia, sagt dir der Name Robert Mixsch was? Nie gehört. Und, äh, Lameng oder La Teng oder sowas, kann auch ein Künstlername sein. Lamoin? Kann das sein? Ja, kann sein. Kennst du ihn? Nicht persönlich. Wiesbadener Kunstszene. Ich hab da was gelesen. Radikal, aber erfolglos. Was wirst du denn von ihm? Der Kerch hat seinen Turner von diesem Mixsch gekauft. Und, äh, den gibt's gar nicht. Komischerweise hat diese Unbekannte aber dauernd den Lamoin empfohlen. Glaubst du, dass er mit dem Fall was zu tun hat? Das kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid, ich hab sowieso schon zu viel gesagt. Na gut, dann sagst du es mir eben nicht. Vielleicht ist einer der beiden ein Mörder. Mord. Anke Lippert wurde unten am Rhein gefunden, erschossen. Oh Gott. Wenn du willst, würde ich mich mal um für dich. Über der Mord hin. Ich mach das wirklich gern. Für dich. Ja, das... Das wär wirklich... Sehr nett von mir. Ich hab den Namen des Künstlers, der dem Kercher empfohlen wurde. Lamoin. Ein Maler aus Wiesbaden. Lamoin, Lamoin. War ich noch nie gehört. Na, dann muss es ein ziemlich unbekannter Künstler sein. Ich weiß mich jetzt nur, warum ausgerechnet so einer insolventen Sammler angeboten wird. Klingt für mich ein bisschen so, als hätte da jemand in eigener Sache seine Werbetrommel gewirrt. Was soll das heißen? Dass unser Verkäufer und die Salamoin unter Umständen eine und dieselbe Person sind. Ach so. Was ist denn der Name überhaupt, der? Julia hat ihn gehört. Sie versucht, ihn ausfindig zu machen. Julia hat ihn gehört. Ja. Ich hab sie übrigens wirklich kaum erkannt. Die hier, ne? Ich hab gesagt, sie hat sich verändert. Schon ein Unterschied. So wie sie jetzt ist, gefällt es dir besser, oder? So, ich bin ein verheirateter Mann. Für dich mit Herz. Leland von Brühl. Das gibt's nicht. Auf, großer, die Fliegtruf. Komm, hopp, hopp, hopp! Thomas? Von Brühl hat doch was auf dem Carport. Ich hab grad die BKA-Arkte bekommen. Vor zwölf Jahren saß er in Buddhism zwei Jahre im Knast, Wurf und Fälschung. Er hat politisch verfolgte amerikanische Pässe besorgt. Sei bitte vorsichtig hier. Aufmachen, Polizei! Brühl, machen Sie die Tür auf! Dann macht ihr auf. Dann machen Sie die Tür 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 auf. Los. Hände hoch, Brün! Machen Sie das aus! Machen Sie das aus! Lass stehen bleiben! Brün, Hände hoch! Aua! Geben Sie mir die Kanister! Die Kanister, der Klaus! Aua! Brün, es waren die Kanister! Die Kanister, der Klaus! Die Kanister, der Klaus! Machen Sie das aus! Machen Sie das aus! Machen Sie das aus! Beruhigen Sie sich, Beruhigen Sie sich! Es gab Schwierigkeiten. Zahlungen, eine Pleite drohte. Und die Lipperts wussten, dass ich ihnen helfen kann. Es ist sozusagen das Einzige, was ich je konnte. Fälschen. Ich kopiere. Ich war nie ein Künstler. Das ist durchaus auch mein Talent. Danke, dass Sie das sagen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wie kam es denn zum Kontakt mit den Käufern der Turner-Auquarelle? Die Lipperts kannten Sie von einer Ausstellung. Allesamt Interessenten für englische Romantik. So wie Herr Kercher. Ganz genau. Der stellte keine Fragen. Bezahlte sofort in bar. Wie die anderen drei Käufer übrigens auch. Den Namen geben Sie uns noch, ja? Sehr gern. Wie viel Geld kam da auf diese Weise zusammen? Ich würde sagen, in etwa eine Million insgesamt. Das heißt, die Lipperts haben auf diese Weise eine Million Euro beiseite geschafft. Sie hatten brasilianische Pässe. Alles war organisiert. Ich verstehe nicht ganz, warum sind die beiden nicht einfach abgehauen? Das ging nicht. Das ging nicht. Es gab ein Problem. Ja? Wissen Sie, Heinrich Lippert hat die Reisepässe in Frankfurt bestellt. Bei einem, ich darf sagen, zwielichtigen Herrn. Der lieferte nicht. Und da sind Sie eingesprungen? Ich hatte doch ohnehin die Papiere, also die Vorlagen organisiert. Das heißt, Sie haben die Pässe gefälscht und einen Tag später übergeben? Ganz genau. Und wo fand die Übergabe statt? Bei Eltville. An einem Altwasser. Genau da haben wir Anke Lippert gefunden und zwar tot. Anke ist tot? Oh mein Gott. Sie müssen mir glauben, ich war das nicht. Dann ist nur die Frage, wer war außer Ihnen und Anke Lippert noch am Tatort? Ich habe niemanden gesehen. Und nicht Heinrich Lippert? Nein, Sie kam doch alleine. Wir haben Wagensprungen gefunden. Sind die von Ihnen? Was? Ich habe keinen Wagen. Ich habe nicht meinen Führerschein. Ich kam mit dem Fahrrad. Ich kann Ihnen versichern. Anke lebt er noch, als ich... Hier. Da schmeckt wenigstens nach Kaffee. Danke. Dein Handy klingelt. Hier. Von Brüllsachen. Haben die Kollegen da abgestellt. Lippert. Oh. Hier. Das ist Heinrich Lippert. Gehen Sie ran. Fragen Sie, was er will. Hallo? Leland? Bist du dran? Hallo? Ja, hier bei Brüll. Weißt du, wo Anke ist? Nein. Wo ist sie denn? Wenn ich das wüsste, dann würde ich die doch nicht fragen. Verdammt. Entweder du legst mich rein, oder sie. Oder ihr beide. Aber Heinrich, du kennst mich doch. Wo sind denn dann die Pisse? Klingeland? Hallo? Hörst du mich? Ja, ich kann dich verstehen. Ich war doch da. Aber es kam niemand. Das heißt, du hast die Pisse noch? Ja, die Pisse sind bei mir. Das läuft alles überhaupt nicht so wie geplant. Leland? Sollen wir uns treffen? Ich könnte sie dir bringen. Ja. Gut. Heute Abend? Heute Abend ist schlecht. Geht es auch morgen? Morgen? Okay. Acht Uhr Bierstätter höher. Gut. Bis morgen. Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr von Brüff. Danke. Sag mal, Lipperts Fragerei? Also ich glaube auch nicht, dass der Anker Lippert umgebracht hat. Na ja, morgen holen wir ihn uns. Nein, ich organisiere Berlin natürlich nicht weg. Ich habe morgen einen sehr schwierigen Einsatz. Ich kann ihn nicht zur Schule bringen. Du bist nicht da. Was soll ich machen? Ach, Kerstin, das war kein Vorwurf. Ich finde es total toll, dass du eine Fortbildung machst. Aber, Kerstin, wann kommst du an morgen früh? Fünf nach acht schaffe ich nicht. Na, wegen dem Einsatz. Das ist der Nachbar, der braucht Milch. Ich rufe die Zeit zurück, ja? Milch? Hat sie dir das abgenommen? Was machst du hier? Ich dachte, du freust dich. Wieso bringst du das Bild nicht meinem Vater? Weil ich schließlich nicht mit deinem Vater Zeit verbringen will. Außerdem hast du noch was Gutes zu machen bei mir. Ja. Gut, dass du es ansprichst. Darüber will ich schon die ganze Zeit mit dir reden. Wir haben ja jetzt. Die Zeit. Das geht nicht. Ich ertrage keine Zurückweise. Das weißt du doch. Ich muss raus morgen früh. Ich habe einen wichtigen Einsatz. Das muss ja ein sehr, sehr, sehr wichtiger Einsatz sein. Sehr wichtig. Der Idiot vermasselt noch alles. Leland, bleiben Sie bitte ganz ruhig und nicht am Mikrozupfen. Und was ist, wenn er mich nach den Pässen fragt? So weit wirst du nicht kommen. Wenn er auftaucht, werden wir zugreifen und Sie gehen dann in Deckung. Wie abgesprochen. Achtung, Fahrzeug nähert sich Zielperson. Das ist Heinrich Lippert. Leland, wo sind die Pässe? Achtung, Zugriff auf mein Zeichen. Die Pässe. Was ist das? Wer ist das? Wer ist das, verdammt? Zugriff sofort, zugreifen! Los, hängt euch an den Geländewang. Los, hängt euch an die Pässe. Wir sind hier aus. Wo werden die Pässe? Wir sind hier aus. Wir sind hier aus. Wir sind hier aus. Hol den Krankenwagen, komm! Hör mal an! Schnell! Wer saß in dem Geländewagen? Wer saß in dem Wagen, Leland? Haben wir das Kennzeichen von dem Geländewagen? Hör mal an. Dann kümmere dich drum, verdammt! Welcher Idiot hat er hinten abgesichert? Ja, ist gut. Habe ich notiert. Wiederhören. Kerstin! Hallo! Na, wieder da? Du, zwei Tage forensische Psychologie reichen für eine Woche Albträume. Und außerdem könnt ihr Hilfe gebrauchen, oder? Vermasselter Einsatz. Hab schon gehört. Hallo! Sag mal, hast du mich völlig vergessen? Du wolltest doch eigentlich zurückrufen. Ach ja, tut mir leid. Dieser Fall... Was ist das denn mit Brühl? Der ist im Krankenhaus. Schwere innere Verletzungen, aber er wird's wohl schaffen. Hier, die Reifenabdrücke von dem Geländewagen sind identisch mit denen, die wir bei der toten Anke Lippert gefunden haben. Das ist aber offenbar nicht der Wagen von Heinrich Lippert, oder? Nein. Hier, von der Zulassungsstelle. Das ist ein Dienstwagen von einer Bank. Und zwar genau von der Bank, bei der die Galerie Lippert ihre Schulden hat. Du hättest im Atelier bleiben sollen. Wieso denn? Da stehen ja schon drei Kollegen. Und wie es aussieht, bist du doch ohne mich aufgeschmissen. Aparten-Hotel. Ja, sie ist wahrscheinlich beruflich für unterwegs. Frau Therjung, aufmachen, Polizei! Frau Therjung? Was suchen wir hier eigentlich? Ich weiß nicht, irgendwas. Ein Hinweis, wo sie sein könnte. Ja, ich weiß nicht, irgendwas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich wusste nicht. Okay, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Diese Kunstexpertin steckt mit eurem flüchtigen Galeristen unter einer Decke. Und die beiden haben womöglich die Ehefrau beseitigt. Das nimmt dich ganz schön mit, oder? Hey, Thomas. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Sie hat mich benutzt. Sieht ganz so aus, ne? Von mir wusste sie wann und wo die Übergabe stattfindet und dann hat sie Lippert gewarnt. Aber warum hat es uns dann geholfen, die Fälschungen zu identifizieren? Warum sind sie und Lippert noch nicht weg? Warum ein Pass für Anke Lippert? Das passt doch alles nicht zusammen, Thomas. Also wenn Julia und Lippert unter einer Decke stecken... Vielleicht tut sie das gar nicht. Dann war das keine Rettung, sondern eine Entführung, meinst du? Aber warum? Julia hat früher mal für Lippert gearbeitet. Die kannten sich also. Und wenn zwischen den beiden was gelaufen ist? Die Frau sah auch was anderes aus. Wie meinst du das? Hier. Sind das Fotos aus eurer Schule? Ja. So was tut weh. Ja. Wo hast du sie her? Aus ihrer Wohnung. Lagen ziemlich offen rum. Das hat jetzt aber nichts mit Lippert zu tun. Nein, aber mit mir. Wieso? Weil sie weiß, wer die Fotos gemacht hat. Du. Hi. Hallo, Kerstin. Die Fahndung nach der Terjung ist raus, aber nichts bisher. Ja? Ich bin's. Ja, was gibt's? Ich möchte, dass du kommst. In einer Stunde und allein. Wenn du nicht kommst oder nicht allein. Dann ruf ich deine Frau an und erzähl ihr von dem schönen Abend, den wir hatten. Wo ist das? Gut, ich komme. Irgendein Problem in der Verwaltung. Ich muss schnell rüber. Hier, das haben die Kollegen vom Ordnungsamt abgegeben. Kurz seit Dienstag, haben sie gesagt. Ach so, sie fahrt zum Bahnhof, ne? Oh, nee. So teuer ist das jetzt, Susi? Ich muss ihr was sagen. Das war nicht die Verwaltung eben. Das war Julia Terjung. Sie will, dass ich zu ihr komme. Sofort. Alleine. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Was will sie denn von dir? Wir waren zusammen in einer Klasse früher. Ich fürchte, dass es hat damit zu tun. Mit unserer Vergangenheit. Thomas. Nach vorne das Bootshaus. Wenn sie Lippert wirklich entführt hat, dann sollten wir auf die Verstärkung warten. Du hast ja nicht recht, Thomas. Wir warten. Ja, wo bleibt ihr? Julia ist verrückt. Wenn du da reingehst, bist du auch verrückt. Okay. Die Verstärkung ist unterwegs. Thomas, ich muss alleine mit dir. Das, das, Thomas. Gib mir fünf Minuten. Wenn ich da nicht da bin, dann... Dann nimm wenigstens dein Handy als Wanze. Ja, ich muss alleine mit dir. Hallo, Thomas. Schön, dass du da bist. Darf ich vorstellen? Heinrich Lippert. Das gefällt mir nicht. Knie dich hin. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Julia, ich bin hier, um mit dir zu reden. Lass ihn gehen. Scheiße. Ich geh rein. Lass es hier. Du dachtest, ich weiß es nicht. Weil du auf den Fotos nicht zu sehen bist. Weil er mich betrunken gemacht hat. Du hast recht, ich hab die Fotos gemacht, Julia. Es tut mir leid. Ich hab dich mies behandelt. Mies behandelt? Wir haben dich gequält, ja. Ich hab dich gequält. Mein Gott, ich war jung, ich war ein Teenager damals. Ich auch. Thomas Reuter, ich auch. Ja, das war grausam. Julia, du hast allen Grund, wütend zu sein, aber das ist eine Sache zwischen uns, zwischen und mir und mir und mir, lass ihn gehen. Ich hab ihn geliebt. Es war der erste Mann, den ich wirklich geliebt hab. Weißt du, was das heißt? Ja, sicher. Sagt der Kerl der deine Frau, Thomas. Ach, Thomas, Thomas. Ihr habt die Bilder an der Schule verteilt. Weißt du noch, was ihr damals gesungen habt? Sing's für mich. Sing! Julia, hör zu. Ich sing's für mich. Bitte. Julia, nein, dickes Schwein. Schieb dir noch ein Brötchen rein. Julia, nein, dickes Schwein. Ich hab drei Jahre Therapie und Diäten. Kein Selbstvertrauen bei Männern. Schön, dass du's noch kannst. Aber ich hab's geschafft. Magen-Beipass. 30 Kilo weniger. Einen Körper, den die Männer wollen. Oder? Thomas. 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 Und ich find tatsächlich einen Mann. Galerist. Mann mit Kultur. Nicht besonders für Geschäftssinn, aber sehr, Herr Jamal. Julia. Julia. Hol, hol mich hier raus. Bist du hier? Und dann verschwindet er einfach. Selbstmord, sagst du. Hau mich aus, Mann! Hat sich für das Fauchen entschieden. Julia! Halt's Maul! Julia, lass uns das beenden, bitte. Hör auf, du kommst aus der Sache, nehmen wir raus, Julia. Halt dich ja nicht vor. Jetzt! Ich hab' Anke Lippe da schossen. Julia! Ich hab's eben genommen. Hör auf mich! Und jetzt wieder ein bisschen weiter schritten. Du führ deinen Arm. Polizei, lasse weg! Ich hab mich komplett dro 겁니다! Es ist... Es ist... Ich los! Ich los! Ich los! Es! Ich los! los!